Das war nun also mein erstes Tutorial. Ich habe mir Scribus rausgesucht, weil ich von dem Programm richtig begeistert bin. Es hat mir damit viel Spaß gemacht, die Abizeitung zu gestalten. Jetzt möchte ich aber auch wissen, ob das Tutorial euch etwas gebracht hat. Ich weiß, dass ich manchmal etwas stockend geredet habe und dass in den Videos sehr viele Schnitte vorkommen. Ich werde mich bemühen, wenn ich weitere Tutorials mache, dies in Zukunft zu vermeiden. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr mir sagt, was ich sonst noch verbessern kann. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.